Hallo liebe Wörter, willkommen bei Sharmak Tarot. Ich habe hier Karten auf dem Tisch für den Zeitraum Mitte bis Ende Juni 2024 und ich möchte mir gerne mit euch gemeinsam anschauen, was euch in dem genannten Zeitraum erwarten könnte. Hier habe ich Karten für dich, hier für dein Gegenüber. Die Rollen können vertauscht sein und bedenkt bitte immer, es ist eine allgemeine Legung, kann und wird hier leider nicht auf jeden einzelnen von euch zutreffen. Es folgen hier noch weitere Karten rein mit Tarotkarten und ich beginne hier sehr gerne mit einer Orakelkarte. Ich habe hier für euch gezogen Mitte 42, Netze auswerfen, Vorbereitungen zahlen sich aus. Die 42 hat als Quersumme die 6 und die 6 steht für Erfolg, ja speziell 6 der Stäbe. Die 6 steht in der großen Arcane auch für große Entscheidungen, die später auch Konsequenzen haben werden. Ja, Netze auswerfen, damit verbinde ich Networking, ja sich vernetzen mit anderen, sich mit anderen solidarisieren, verbinden, um ein gemeinsames Projekt, ein bestimmtes Ziel anzusteuern, erfolgreich zu werden, ja. Also was hier sinnvoll ist, was hilfreich ist, mit anderen, die die gleichen Ziele verfolgen, sich verbinden, sich Unterstützung holen, Ratstege holen, Beratung, ja vielleicht vom Rechtsanwalt, Infos reinholen, ja. Damit kommst du weiter, lieber Widder. So, jetzt kommen wir hier zu den Tarotkarten. Er startet hier mit dem Herrscher. Das ist ja deine Karte im Tarot. Also, ja, du bist ein Mensch, der in der Regel dazu befähigt ist, größere Projekte voranzubringen, ja. Der Herrscher hat die Kontrolle, hat die Übersicht und auch den Mut, um auch größere Projekte ins Leben zu rufen, zu leiten, ja. Die Widder sind prädestiniert für eine Führungsposition, für den Chefposten oder auch, um eine Menschengruppe anzuleiten, weil die Widder sind einfach relativ souverän, die sind mutig, die lassen sich nicht so einfach verunsichern, die sind auch kämpferisch, die haben, ja, die sind zäh. Widder sind einfach zäh, ja. Und die können so gewisse Belastungen besser vertragen, wie andere Sternzeichen. Und hier mit dem Herrscher und mit Neunde Münzen geht es bei vielen vorrangig um etwas Finanzielles, etwas Berufliches, eine Selbstständigkeit, ja. Das möchtest du haben. Du willst hier in einem bestimmten Thema der Chef sein, die Kontrolle haben oder die etwas aufbauen. Neunde Münzen ist die kluge Kauffrau, ja, das ist die Selbstständigkeit. Ich sehe bei vielen vor allem das Thema Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstständigkeit und auch finanzielle Ressourcen, die damit gekoppelt sind, ja. Wenn man natürlich genug Geld verdient, dann kann man auch alleine diverse Sachen durchziehen, kann man sich was aufbauen, ist man unabhängig, ja. Und das willst du hier erreichen und dazu ist halt notwendig, dass dir ein bestimmter Tool, ein bestimmtes Puzzle gereicht wird. Weil das, was du hier aufgebaut hast bisher, was du bisher versucht hast durchzubringen, ist zwar super solide und auch, also das ist gut, was du hier aufgebaut hast bisher. Weil ich habe hier auch den König der Münzen. Du hast es hier zu was gebracht. Ist ja nicht so, ne. Aber hier gibt es etwas, wo du sagst, das funktioniert nicht, das klappt nicht so richtig, ja. Und mit dem Hierophanten und mit neun der Stäbe umgekehrt sagen dir die Karten, glaube an dich, gebe nicht auf. Du sollst nicht aufgeben, weil du bist hier schon als König der Münzen und als Herrscher angezeigt und dazwischen sind neun der Münzen. Das heißt, du hast hier schon jede Menge erreicht, ja, du hast, du bist quasi kurz vorm Ziel. Du darfst jetzt nicht aufgeben, lieber Widdar. Denn hier, wenn ich mir die Karten auf der anderen Seite anschaue, wer oder was hier auf dich zukommt in der zweiten Monatshälfte, ich sehe hier den Eremiten und der Eremit, das ist ein ganz schlauer, weil das ist jemand, der im Hintergrund arbeitet, der sehr sachlich, emotionslos die Dinge betrachtet, der die Zeit und Energie nicht damit verschwendet, sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken und sich aufzuplustern, der Eremit, das ist ein guter Lehrer, ja, ein guter Lehrer. Der Eremit kann die Zusammenhänge sehr klug miteinander verbinden, das ist Jungfrauenergie, ja, das ist starker Intellekt, eine starke Kraft vom Verstand her. Ja, und jemand wird dir hier zeigen oder sagen, hey, lieber Widdar, pass auf, es gibt hier die und die Punkte, die dein Vorankommen bisher blockiert haben. Hier gibt es etwas, was du verändern könntest. Also jemand weist dich darauf hin, wo die Fehlerquellen sind oder was dir noch fehlt, um hier den kompletten Durchbruch zu erreichen, ja, und dann, wenn du das annimmst, wird sich das Schicksalsrad drehen. Vielleicht ist es hier ja auch so eine Zusammenarbeit, weil wir haben ja diese Karte mit dem Networking, ja, mit der Vernetzung. Möglich, dass das auch jemand ist in deinem nahen Umfeld, der sowieso schon in deinem Projekt involviert ist, in dein Vorhaben. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Vielleicht würdest du auch nur einen Gartenteich anlegen oder einen Zaun bauen ums Haus oder keine Ahnung, ne. So, also hier ist jemand, das ist ein guter Ratgeber und dieser Mensch wird dir sagen, wo die Probleme sind, was dich selbst auch bisher blockiert hat, weil es gibt hier einen Punkt, da bist du auf der falschen Spur. Da bist du der falschen Spur gefolgt und dieser Mensch wird dir erklären, hey, da bist du auf dem falschen Weg. Wenn du das korrigierst, dann wird sich das Schicksalsrad für dich drehen. Dann kriegst du endlich die positive Veränderung, auf die du wartest. Dann habe ich hier noch ein Page der Schwerter, ja, steht auch für Informationen, Nachrichten, Kommentare. Jemand, das ist hier eine andere Angelegenheit, jemand hat dir hier was zu sagen. Ja, was hat dir dieser Mensch zu sagen? Mal schauen, ich werde das jetzt klären, ich lege eine weitere Reihe. Einen Moment. So, Aste Münzen, Zehn der Schwerter. Es sind zu viele gekommen. Aste Stäbe, Zehn der Stäbe, Zwei der Kelche und Acht der Schwerter. So, Ritter der Münzen. Fünfter Münzen. Der Magier. Oh, noch ein Page. Okay, Page der Stäbe. Ja, also es geht hier, denke ich mal, vorrangig um was Berufliches oder Finanzielles in dem genannten Zeitraum. Irgendwelche Vorhaben von deiner Seite. Schau mal, die ersten vier Karten, ja. Hier, das Aste Münzen ist sozusagen die Münze, die dir fehlt. Dann hast du deine zehn Münzen und alle Sorgen sind vergessen. Ja, aber die fehlt dir. Irgendwas musst du hier noch ausarbeiten. Irgendwas Wichtiges fehlt dir noch. Hier haben wir Zehn der Stäbe, Aste Stäbe. Hier bietet sich für dich eine Gelegenheit, eine Chance, eine Option oder sei es nur eine Information, die da auf dich zukommt. Und dann kannst du hier auch Belastungen loslassen. Wir haben Zehn der Schwerter, Zehn der Stäbe. Das sind Belastungen, das sind Probleme im Kopf, das sind Probleme im Außen, Behinderungen. Ja, das ist so, ja, das ist so eine Tretmühle. Gefühlt ist das so eine Tretmühle, die dich hier lange Zeit beschäftigt hat, aufgehalten hat. Aber wie gesagt, jetzt kommt sozusagen ein Informant. Es kommt hier das passende Angebot für dich, sei es eine Information oder eine Zusammenarbeit, ein Angebot, was dich hier sozusagen davon erlöst, ja. Hier haben wir auch zwei der Kelche und acht der Schwerter. Hier gibt es etwas, ein Herzensprojekt kann das darstellen, wo du sehr dahinter bist. Es ist dir total wichtig, aber hier diese Schwerter, ja. Irgendwas hält dich hier noch gefangen, irgendwas blockiert dich, weil hier Belastungen, irgendwas ist hier nicht so hundertprozentig in Ordnung, ja. Und du möchtest sozusagen das Rätsel lösen, das wird gelöst. Andererseits kann hier auch zwei der Kelche und acht der Schwerter anzeigen, dass du neben diesem beruflichen oder finanziellen Projekt, was du hast, gleichzeitig noch irgendwas im Privaten hast, was dich zusätzlich belastet. Ja, zwei der Kelche kann auch sein, dass du sagst, ja, im Job muss ich da so viel bewältigen und gleichzeitig habe ich hier irgendwas im Privaten mit meiner Beziehung da. Ja, ich liebe meinen Partner, aber irgendwas ist da, was mich auch belastet. Das ist nicht so einfach momentan. Zu Hause ist schwierig, auf Arbeit ist schwierig. Es ist zu viel an Belastungen, die ich mitmachen muss. Ja, also ich sehe hier schon dich sehr belastet mit diesen ganzen Stäben und Schwertern, aber es sind hier Zähne und das bedeutet, es kommt jetzt zum Ende, es läuft aus, ja. Die schwierige Phase kommt jetzt zu einem Abschluss. Das ist die gute Botschaft. Ja, hier das Rad des Schicksals mit diesem Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen hat hier was mit deinen Münzkarten zu tun. Irgendwas Berufliches, Privat, Entschuldigung, Berufliches oder Finanzielles, was hier nicht so richtig vorwärts ging. Du hast hier jemanden an deiner Seite, wie gesagt, dieser Eremit, das ist eine starke Jungfrauenergie, kann aber auch Zwillinge sein, also starke Merkurenergie, ja. Die Zwillinge und die Jungfrauen haben eine starke Merkurenergie, das heißt, die können sehr gut kommunizieren, die sind auch verstandesorientiert, die können auch Informationen, Botschaften sehr gut verknüpfen. Das sind so die Intellektuellen, ja. Also nicht alle, kann auch nur sein, dass dieser Mensch eine starke Betonung von Jungfrau oder Zwillinge im Horoskop hat, als Aszendent, Mond, Mars, Venus, weiß ich ja nicht. Ist auch nicht so wichtig. Es geht nur darum, du hast hier eine starke Unterstützung, die dir bei deinem Projekt weiterhilft, ja. Ja, hier, diese Eremite leuchtet ja mit der Laterne hier Richtung sieben der Stäbe, diese Blockade, diese Schwierigkeiten, ja, darunter fünfte Münzen. Jemand sagt, hey, wenn du so und so weitermachst, wenn du das nicht korrigierst, dann wirst du hier keinen Erfolg haben mit deiner Geschichte. Ja, jemand könnte dich hier auch warnen und sagen, hey, wieder, pass auf, wenn du da jetzt investierst oder dich mit dem und dem da zusammentust, dann wirst du am Ende hier, ja, obdachlos, so nach dem Motto, ja. Wir haben hier diese Magierenergie und auch diese Eremitenenergie, das ist sehr, sehr stark, sehr verstandesorientiert. Es ist wirklich jemand, der was drauf hat, ja. Das ist hier kein Spinner, kein Klugscheißer, das ist wirklich jemand, der Ahnung hat, was er sie spricht, ja. Und das ist er, du erkennst diesen Menschen daran, es ist jemand, der sich in erster Linie im Hintergrund aufhält. Das ist jemand, der ein Einzelkämpfer ist, das ist kein typischer Gruppentyp. Also den triffst du eher alleine an als in Gruppen. Das ist keiner, der große Gruppen um sich herum scharrt oder sich irgendeiner Gruppe anschließt. Das ist ein Mensch, der seine Dinge alleine schafft, alleine macht, ja. Das ist so ein Einzelkämpfer. Ja, und hier hinten, ich weiß nicht, wer das ist, das könnte hier ein neuer Kontakt sein. Das ist eine etwas frischere, jüngere Energie oder es ist jemand Neues. Zwei Pagen haben wir hier. Und dieser Page guckt hier auch in Richtung des Magiers. Also ich will es dir bei Einzelnen nicht ausschließen, dass hier dieser Eremit auch ein ganz neuer Kontakt ist, der auf euch zukommt, ja. Weil wir haben dieses Neue hier direkt im Anschluss. Aber ich sehe das eher getrennt. Ich sehe, dass hier noch gleichzeitig ein neuer Kontakt ansteht. Ich sehe das aber eher im freundschaftlichen oder beruflichen Kontext. Ich sehe da wenig Flirt-Energie, habe ich den Eindruck. Es ist irgendwo ein neuer Kontakt. Es ist aber auch möglich, dass hier deine eigenen Kinder angezeigt sind, wo hier auch irgendwas los ist. Aber ich sehe hier noch keine Action. Ich sehe hier einfach nur neue Kontakte mit eher jüngeren Leuten oder Menschen, die jünger wirken. Ja. So, wie ist der weitere Verlauf? Wie geht es hier weiter bei dir? Fünf der Schwerter aus der Stäbe. König der Kälte. Page der Kälte umgerät. Drei der Münzen. Acht der Kälte. Königin der Münzen. Acht der Schwerter und Drei der Kälte. Ist interessant, was ich hier sehe. Also generell, die Junilegungen sind hochspannend, weil sich da wirklich sehr viele interessante Sachen aufzeigen. Auch hier bei euch. Also wir haben hier wieder dieses Acht der Stäbe. Das haben wir nämlich hier. Ich habe gesagt, hier bietet dir jemand was an. Ich weiß nicht, ob dieses Acht der Stäbe immer noch darauf bezogen ist. Hier könnte sich nochmal, also zwei Szenarien. Hier könnte sich nochmal ein neues Angebot für dich aufzeigen. Gerade wenn es um deine beruflichen, finanziellen Projekte geht. Was auch immer du machst. Wie gesagt, du kannst auch einen Pool bauen. Ja, so. Du hast ein Projekt, dass du einen Gartenpool baust. Ich weiß es nicht. Pass auf. Hier ist irgendwo eine Möglichkeit für dich, die sich auftut. Aber das klappt hier kommunikativ nicht. Oder die Verträge funktionieren nicht so richtig. Und du bist da leider nicht so ganz unbeteiligt. Weil ich sehe dich hier in dieser Angelegenheit nicht so ernsthaft in das Thema reingehen. Wir haben hier 3D Münzen. Hier ist eine gewisse Zusammenarbeit, Absprache notwendig. Mit diesem Page der Kelche umgekehrt. Nimmst du das Ganze nicht so richtig ernst. Vielleicht, weil du das als nicht so ernsthaft oder nicht so seriös einstufst. Ja, ich weiß nicht. Also diese 2 Kelchkarten. Du siehst das Ganze. Ihr habt Kommunikationsprobleme auf den Punkt gebracht. Hier kommt irgendwie ein Angebot. Ich hoffe, es ist nicht das, was sich hier abzeichnet. Wo Kommunikationsprobleme, Missverständnisse auftauchen. Was dazu führt, dass sich hier jemand von dir zurückzieht. Sich von dir abwendet. Sich für eine andere Geschichte entscheidet. Ja, wir haben hier eine Königin der Münzen. Ja, die Könige der Münzen, die sind ja für Geld machen gemacht. Ja, das sind gute Geschäftsleute. Die wissen, wie der Rubel rollt. Die haben auch die Beständigkeit, die Zuverlässigkeit, die Seriosität, um etwas aufzubauen. Ja, weil die sind fokussiert auf ihr Ding. Und hier haben wir 8 der Kelche. Also jemand sagt, das passt hier nicht. Das passt hier nicht. Und dann hier mit dem Ass der Schwerter wird hier sozusagen das Ganze geblockt. Und das Gegenüber wird sich dann anderweitig orientieren. Weil hier das Ass der Schwerter und 3 der Kelche. Du bist in dieser Kelchenergie irgendwo. Und 3 der Kelche und der Page der Kelche, gerade umgedreht, steht für mich eher für so was Oberflächliches. Ja, ich sage aus Spaß, ich habe Lust auf ein Projekt. Aus Spaß sage ich irgendwelche Verträge ab oder ich sage irgendwelche Verträge zu. So Handschlag-Mentalität. Das ist aber nicht so richtig fest. Also sowas will die Königin der Münzen nicht. Die will das alles schön unter Dach und Fach vertraglich und so weiter. Die braucht das auf Papier. Die braucht das rechtskonform. Und ich sehe dich hier, dass du das Ganze nicht so richtig ernst nimmst. Vielleicht, weil du nochmal dein Herz befragst und dein Herz sagt dir, nee, das ist es doch nicht wirklich. Und manchmal machen wir unbewusst irgendetwas, wo wir uns hinterher ärgern und sagen, warum hast du das jetzt gesagt? Warum hast du das jetzt gemacht? Ich sage dir warum. Weil manchmal die Intuition einen leitet. Also vielleicht willst du das selber nicht haben. Weil dein Herz irgendwas anderes möchte. Ja. Also ich sehe hier auch, dass du mit Reidemünzen dich hier in eine andere Richtung orientierst, vielleicht mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Also du hast hier irgendwas Berufliches am Drehen, wo du vielleicht noch so ein bisschen das Ganze feinjustieren musst. Es ist noch nicht hundertprozentig ausgereift, ja. Also der stabile Sockel, da hast du schon viel vorgelegt, aber es ist noch nicht das Endprodukt da, wo du sagst, ja, jetzt habe ich es unter Dach und Fach. Ja. Aber das hatte ich auch bei dir in der Junilegung für den gesamten Monat. Aber das ist halt so, ne, große Projekte, wichtige Projekte, die brauchen halt ihre Zeit, ne. Das muss man wirklich ganz festmachen, ja, das Fundament muss stimmen. Und das ist gut, dass du das auch so siehst und dass du hier daran arbeitest. Liebe Widder, vielleicht sehen wir uns im Juli wieder. Bis dahin alles Gute und genieß den Sommer, ja. Tschüss.